Hey Leute, Hunter x Hunter zu lesen war wirklich ein Erlebnis und trotzdem war ich happy, als ich endlich durch war mit dem Manga. Ich zeige euch, warum der Manga genial ist und trotzdem viele Schwachstellen hat. Let's go! Bei Hunter x Hunter merkt man von Anfang an, man hat es mit einem ernstzunehmenden Erzähler zu tun. Die Figuren werden mit gezielten Details vorgestellt, die Prämisse wird früh etabliert und wir erfahren, Gon, die Hauptfigur, sucht seinen Vater. Er wirkt direkt menschlich und nahbar, nicht wie jemand, der Hokage oder Piratenkönig werden möchte. Wir sympathisieren direkt mit Gon und seinen Zielen. Das führt uns direkt zum ersten Punkt, die Charaktere. Es sind oft nur ganz kurze Sätze, die eine Figur perfekt charakterisieren. Zum Beispiel die Momente, in denen Kiloa und Gon sich scheinbar beiläufig die gegenseitige Wertschätzung mitteilen. Ich liebe es, dass der Autor sich dafür Zeit nimmt. Oder der Moment, als Kiloas Vater seinen Sohn einfach gehen lässt und sagt, er wird schon wieder zurückkommen, statt ihn aufzuhalten. Etwas, womit man bei einem so strengen und mächtigen Vater gar nicht rechnet. Und das führt uns direkt zum nächsten Aspekt. Das Großartige an den Figuren ist, dass man nie mit Bestimmtheit sagen kann, ob sie gut oder böse sind. Das macht sie realistischer und, ganz wichtig, unberechenbar. Das erste Mal war ich zum Beispiel schockiert im Kampf Gon und Kiloa gegen Netaro. Die beiden Kinder haben keine Chance gegen den alten Meister. Aber, während Gon weitermacht und Helgenmut beweist, gibt Kiloa auf. Nur wenige Augenblicke später erfahren wir, Kiloa gibt nicht auf, weil er chancenlos ist, sondern weil er den alten Mann nicht verletzen wollte. Togashi beweist sich schon hier als talentierter Autor und überrascht den Leser durch unerwartete Wendungen. Auf seine Storytelling-Skills kommen wir noch zu sprechen. Aber wir müssen festhalten, wie gut er charaktere schreibt. Er zeigt die Persönlichkeit der Helden nicht durch Gedankenprozesse oder Erklärungen, wie es mittelmäßige Autoren tun würden. Nein, er macht das einzig Richtige und lässt die Handlungen der Figuren ihren Charakter zeigen. Charakter, der durch Handlungen gezeigt wird, ist ungleich stärker und einprägsamer als jede Erklärung des Autoren. Togashis Figuren leben und sie sind eigenständig und sie leben auch weiter, wenn sie mal getrennt voneinander agieren. Sie leben in einer Welt, die sich ständig mit ihnen verändert. Das Worldbuilding Togashis glänzt durch Detailverliebtheit und Beleuchtung aus allen Perspektiven. Wir bekommen nicht nur einen optischen Eindruck der neuen Welten, sondern auch einen politischen, einen geografischen, einen architektonischen und einen gesellschaftlichen Eindruck. Wir nehmen beispielsweise teil an den Wahlen des Hunter-Komitees, am Thronfolgekampf, am Interessenkonflikt zweier Nationen oder an der Erforschung neuer Kontinente. Übrigens sieht man auch hier bei der Reise zum dunklen Kontinent die erzählerischen Stärken Togashis. Wir sehen den Kontinent niemals, sondern leben mit den wenigen vorhandenen Erfahrungsberichten und literarischen Funden über den neuen Kontinent und unsere Neugier wird geschürt. Zurück zum Worldbuilding. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit und wie viele Seiten Togashis der Beschreibung seiner Orte widmet. Um beim Dark-Continent-Arc zu bleiben, können wir uns beispielsweise die Beschreibung des Schiffes anschauen. Jede Etage und jedes Zimmer wird genauestens beschrieben, was zwar oft ermüdend ist, aber dem Leser ein Gefühl für Echtheit der Welt und ihrer organischen Funktionsweise vermittelt. Jede Etage wirkt wie eine eigenständige Welt. Wenn man dazu noch die politischen Hintergründe und die Beziehungen der Figuren rechnet, sind es eine Menge Bälle, die Togashi gleichzeitig jongliert und trotzdem hat er scheinbar volle Kontrolle über jedes Detail. Kommen wir zu den Zeichnungen. Die Zeichnungen sind ein unglaublich wichtiger Punkt. Der wichtigste nach dem Writing, zu dem wir anschließend kommen. Die Zeichenqualität von Hunter ist sehr, sehr wechselhaft. Wenn die Zeichnungen gut sind, sind sie wahrlich etwas Besonderes. Wenn die Zeichnungen schlecht sind, sind sie ziemlich schlecht. Fangen wir mit den Cover-Illustrationen an. Die ersten Manga-Cover sahen sehr enttäuschend, eindimensional und sogar langweilig aus. Erst ab Band 7 wurden die Cover interessanter und er benutzte die Aquarellfarbe viel freier und mutiger und integrierte auch Buntstifte in seine Bilder. Die Cover wirken teilweise sehr eigen und sind unverwechselbar. Mein Lieblings-Cover ist Band 28. Es ist eine Anspielung auf ein Gemälde von Diego Velazquez, das ich damals in Spanien gesehen habe. Und es zeigt, wie gut er sich mit klassischer Kunst auskennt. Es ist eine wunderschöne Neuinterpretation des Bildes des alten Meisters. Auch im Verlauf des Mangas wird klassische Kunst oft referenziert. Zum Beispiel im Dark Continent Arc sehen wir den griechischen Gott Kronos auf einem Gemälde, der aus Angst entmachtet zu werden, seine Kinderfraß. Ein interessanter Denkanstoß, wenn man daran denkt, was auf dem Schiff eigentlich passiert. Kommen wir zu den schönsten Seiten seiner Kunst. Meine Highlights waren ganz klar im Chimera End-Arc. Besonders der Kampf Netero gegen Meruem, Gon gegen Pitu und der Moment, als Yuppie Meruem vor dem Tod bewahrte. Diese Momente zeichnen sich besonders durch zwei Dinge aus. Zum einen sind es die exzessive, aber kontrollierte Benutzung eines Pinsels, die den Figuren direkt hundertmal mehr Leben, Grausamkeit und Wildheit einhaucht. In diesen Panels macht Togashi das, was der Zeichner von Jujutsu Kaisen dauernd probiert, aber nicht halb so gut hinbekommt. Wilder, aber kontrollierter Umgang mit den Pinseln. Zum anderen sind es die symbolischen Einblendungen von Rosen oder Schmetterlingen, die noch später im Manga eine Rolle spielen. Aber auch scheinbar zufällig auftauchende Mandalas geben dem Leser das Kronos. Gefühl, eine bedeutende Erfahrung durchzumachen. Tatsächlich waren einige Seiten so gut gezeichnet, dass ich zum Beispiel den Kampf Gon gegen Pitu im Manga besser und eindrucksvoller fand, als im Anime. Zusammen mit der brillanten Schreibkunst in diesen Kapiteln zählt das zu den schönsten Leserlebnissen, die ich jemals hatte. Ihr merkt, es ist schwer, Zeichnung und Schriftstellerei getrennt zu beurteilen. Bei einem guten Manga gehen beide Disziplinen, Kunst und Literatur, eine untrennbare Fusion ein und unterstützen sich gegenseitig. Wir werden sehen, dass der Künstler das später nicht mehr so gut macht. Zu den Character Designs muss ich sagen, einige sind brillant, wie zum Beispiel Kiloas Mutter oder die Nennbestien der Prinzen, die mit Sicherheit auch einige Monster Designs aus Bleach inspiriert haben. Sie sind super fantasievoll und schaffen es, dem Leser einen Schrecken einzujagen, immer dann, wenn man es nicht erwartet. Andere Character Designs wiederum sind langweilig, wie zum Beispiel Gon. Ab zu den schlechten Seiten seiner Manga-Kunst und wir starten direkt mit einem Funfact, den ihr nur bei mir hören werdet. Er verwendet oft ein und dieselben Panels mehrmals hintereinander, entweder 1 zu 1 kopiert oder stark vergrößert. Ich finde nicht, dass das unbedingt eine schlechte Gewohnheit ist, aber es ist dennoch auffällig. Viele beklagen sich darüber, dass Hunter generell schlecht gezeichnet ist. Dem muss ich aber widersprechen. Ja, Hunter ist nicht Jojo oder Yu-Gi-Oh! Level, aber ich habe die Zeichnungen selten als unlesbar oder schlecht angesehen. Togashi hat schon in Yu Yu Hakusho bewiesen, dass er kein schlechter Zeichner ist, sondern durchaus Talent hat. Natürlich wären einige Kämpfe in Hunter x Hunter, zum Beispiel Krollo gegen Hisuka, besser gewesen, wenn die Zeichnungen die Bewegungen schöner vermittelt hätten. Aber insgesamt ist das Ganze dennoch in Ordnung. Nur in Band 6 waren die Zeichnungen teilweise extrem schlecht. Seine Zeichnungen haben einen gewissen Wiedererkennungswert und er schafft es, den Leser durch plötzliche Umschwünge zu einem realistischen Stil zu überraschen. Und Überraschungen sind, wie wir vielleicht schon gemerkt haben, eines der wichtigsten Werkzeuge eines Künstlers, egal ob er Manga-Künstler oder Schriftsteller ist. Und das würde ich mir oft bei vielen Manga-Künstlern wünschen. Überraschungen, der Mut, den Leser zu überraschen. Kommen wir zum Writing. Das Writing von Togashi ist grandios, aber genau wie seine Zeichnungen auch wechselhaft und teilweise gar nicht gut. Erstmal Grundsätzliches. Er schafft es jedes Mal, jeden Arc perfekt überzuleiten, zum nächsten, auf eine überaus natürliche Art und Weise. Jeder Arc baut auf den vorherigen auf und das gibt der Geschichte einen dramaartigen Aufbau. Wir hatten darüber gesprochen, wie gut er Charaktere darstellen kann. Aber Togashi geht noch einen Schritt weiter, indem er Szenen schreibt, die die Figuren vor schwierige Entscheidungen bringt und ganz wichtig Wendepunkte integriert, mit denen der Leser nicht rechnet. Zum Beispiel beim Hunter-Examen, als Gon die Nummer von Hisoka klauen wollte. Diese Szene ist auf mehreren Ebenen großartig. Zum einen stellt der Autor Gon vor eine schwierige Entscheidung. Traut Gon sich, den sehr viel stärkeren Hisoka anzugreifen? Ja oder Nein? Momente schwieriger Entscheidungen zeigen den Charakter einer Figur am besten. Zum anderen werden wir mehrmals überrascht. Gon traut sich tatsächlich, Hisoka anzugreifen, bekommt die Nummer und flüchtet. Wir denken natürlich, Hisoka holt ihn ein, aber es ist nicht Hisoka, der ihn erwischt, sondern jemand ganz anderes. Das war der erste Wendepunkt. Der zweite folgte, als Hisoka den fremden Angreifer nicht nur ausnockte, sondern darauf verzichtete, die von Gon geklaute Nummer zurückzunehmen. Stattdessen lobte er Gon einfach nur. Wir sehen, unsere Erwartungen täuschen uns nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Togashi versteht es ausgezeichnet, bestimmte Erwartungen im Leser zu wecken und diese dann zu betrügen. Er zieht uns sozusagen den Boden unter den Füßen weg und das fühlt sich einfach wundervoll an. Das ist Writing auf höchstem Niveau und solche Szenen bekommen wir am laufenden Band. Ähnliches gilt auch für den Kampf gegen Meruem, wo der Künstler sich selbst übertroffen hat und sogar mit den Genre-Konventionen des Shonen bricht. Beispielsweise ist Meruem nicht der typische Shonen-Antagonist. Schon früh im Chimera-End-Ark wird deutlich, dass die Ameisen die menschlichen Eigenschaften ihrer Opfer annehmen und Größenwahn und Mitleid empfinden. Nicht anders ist es bei Meruem, der eine platonische Beziehung zu Komugi, einem menschlichen Mädchen, aufbaut. Solche Szenen würden bei vielen anderen Shonen-Mangaka kitschig und übertrieben emotional aufgeladen sein. Bei Togashi allerdings wird es nüchtern und dennoch leidenschaftlich erzählt. Noch ein Alleinstellungsmerkmal. Meruem sucht den Kampf nicht wie ein typischer Shonen-Feind, sondern versucht ihn zu vermeiden und die Ameise wirkt manchmal sogar menschlicher, als der Mensch, der ihn auf die grausamste Art zu töten versucht. Das führt uns zum nächsten Bruch mit der Tradition. Nicht der Held kämpft gegen Meruem, den Haupt-Antagonisten, sondern Netero. Gon kämpft währenddessen gegen Pitou, wo wieder einmal deutlich wird, wie grausam ein Mensch sein kann. In seiner Rachsucht droht Gon sogar damit, ein unschuldiges Mädchen umzubringen. Etwas, was man so nicht kennt aus vergleichbaren Werken. Noch ein wichtiger Punkt zum Writing. Togashis Umgang mit Mindgames erreichte ebenfalls in Chimera-Antag den Höhepunkt. Dass hin und her rund um Komugi, die Meruims Schwachstelle ist, war unglaublich aufregend und stimulierte die Fantasie, weil sich alle Parteien um dieses Mädchen rissen. Und hier spielt auch Togashis Character-Writing eine wichtige Rolle. Dadurch, dass nicht eindeutig ist, wer gut oder böse ist, nicht einmal bei Meruims Untertan, war es unvorhersehbar, was als nächstes passieren wird. Und man fieberte mit den Helden und Feinden mit und malte sich in der Fantasie aus, was die Folge davon sein könnte, dass Komugi nun in den Händen dieser oder jener Partei war. Wir sehen, es ist unfassbar schwer, den Verlauf der Geschichte vorherzusagen. Ich selber probierte oft beim Lesen immer wieder eine Prognose abzugeben und wurde doch regelmäßig überrascht davon, was Togashi tatsächlich vorhatte. Wo unzählige Werke vorhersehbar sind, da geht Togashi mit erhobenen Mittelfinger in die entgegengesetzte Richtung. Kommen wir zu den schlechten Seiten des Writings. Die zuvor erwähnten Mindgames gelingen nicht immer. Sie sind teilweise großartig, wie erwähnt zum Beispiel, als Gon Hisokas nur mal beim Hunter-Examen klauen wollte. Teilweise aber sind die Mindgames beziehungsweise die strategischen Überlegungen auch ermüdend und nicht zielführend, wie zum Beispiel beim Setup für den Chimera Antark, wo unsere Helden unzählige Kapitel lang jede erdenkliche Gefahr und Gegenmaßnahme und Vorbereitungsmöglichkeit bei der Stürmung des Palasts in Betracht gezogen haben, nur um dann 80% davon zu verwerfen. Das Pacing war mit einem Wort sehr langgezogen. Nun könnte man sagen, ja Harut, natürlich müssen sich die Menschen ewig Gedanken dazu machen, wie sie die ungleich stärkeren Ameisen überwältigen können. Das stimmt und es wirkt realistisch und es ist Togashis Schreibstil. Und diejenigen, die sagen, komm endlich zum Punkt, vergessen, dass genau das, diese unzähligen Sprechblasen, in denen die Taktik besprochen wird, der Punkt ist. Trotzdem fand ich diese ganzen Erwägungen als Manga-Leser insgesamt ermüdend. Das Verhältnis zwischen Action und Taktik war im Ungleichgewicht und die Taktik wirkte mehr wie eine Verpackung statt wie ein Produkt. Worauf ich hinaus möchte ist, wie prominent der Platz der Mindgames in Hunter x Hunter von Anfang an ist. Und das macht den Manga aus. Man muss es mögen oder eben nicht. Wir werden aber sehen, dass die Mindgames schon bald Überhand nehmen und alles andere überschatten. Aber erst einmal Grundsätzliches zu einer Sache, die beim Thema Writing nicht unerwinkt bleiben darf. Das Kampfsystem Nenn. Nenn wird als eine Fähigkeit dargestellt, die für den Großteil der Bevölkerung unbekannt ist. Trotzdem wird die Nutzung von Nenn durch die TV-Übertragung in der Heavens Arena deutlich für alle. Vielleicht versteht nicht direkt jeder Zuschauer, was genau da abgeht. Dass diese Fähigkeiten aber übernatürlich sind, sollte dennoch klar für jeden sein, der zuschaut. Da fragt man sich, warum haben die Prinzen und andere Königreiche nie das Nennen studiert für eigene Zwecke, während random Leute auf Greed Island zum Beispiel alles darüber wussten. Es ist auch unglaubwürdig, dass Killua nichts über Nennen wusste, obwohl er aus einer Killerfamilie stammt, wo fast jeder es beherrscht. Das nur nebenbei, ich kreide das Togashi nicht als Minus an. Aber es ist trotzdem auffällig, dass jemand wie Togashi, der so viel Wert auf jedes Detail legt, das versäumt hat. Zum Kampfsystem selbst. Das Kampfsystem wurde abrupt eingeführt mit einem gigantischen Schwall an Informationen, die alle mehr durch Erklärung als durch Handlung verdeutlicht wurden. Das kann man machen, wenn der Inhalt komplex ist, aber es ist keineswegs die eleganteste Erzählmethode. Diese ganzen Nennregeln werden mit den Voranschreiten des Mangas immer komplexer. Es scheint mehr Regeln zu geben als im deutschen Staat und das wirkt bisweilen unnatürlich und gekünstelt. Zum Beispiel im Kampf Hisuka gegen Crowlow. Crowlow erklärt erstmal, was genau seine Fähigkeiten sind, damit der Leser auch versteht, was abgeht. Warum genau er das macht, ist mir ein Rätsel. Schließlich wurde bei Hunter immer wieder Wert drauf gelegt, die eigenen Fähigkeiten vor dem Feind zu verheimlichen. Solche Erklärungen tauchen immer wieder auf. Ja, sie sorgen dafür, dass das Kampfsystem schlüssig bleibt und Overpowering unmöglich ist, aber sie bremsen gleichzeitig auch die Kämpfe und wirken wenig intuitiv. Generell wirkte das Kampfsystem teilweise überkompliziert. Ich spreche aus der Perspektive eines Manga-Lesers. Im Manga erfährt man noch einige Details, die dem Anime-Schauer unbekannt bleiben. Worauf ich aber hinaus möchte ist, es ist anstrengend, sich durch hunderte Sprechblasen zu kämpfen, die auch noch von teilweise undeutlichen Zeichnungen begleitet werden. Tatsächlich erschweren es die Zeichnungen, manchmal sogar die gezeigten Fähigkeiten richtig zu verstehen. Als jemand, der sich das Ganze in Anime-Form gibt, wo alles clean gezeichnet ist und die Informationen gemütlich zu den Ohren wandern, hat man diese Probleme nicht und man konsumiert den Inhalt sehr viel angenehmer. Kurz gesagt, als jemand, der nur den Anime oder zuerst den Anime geschaut hat, empfindet man meine Kritik vielleicht als unangebracht. Einige Fähigkeiten sind so komplex, dass der Autor Diagramme und mathematische Gleichungen einblendet und man sie trotzdem nicht ganz begreift, zum Beispiel das Nennbankrott von Knuckle. In den späteren Manga-Bänden auf dem Schiff zum Dark Continent Arc erreicht die Komplexität der Fähigkeiten einen absurden Höhepunkt, der schwer nachvollziehbar ist und das bringt uns zum letzten Aspekt des Writings, dem Wechsel der Tonalität zum Zeitpunkt des Dark Continent Arcs. Ein wichtiger Wendepunkt. Die Geschichte wird immer ernster, genauso der Schreibstil. Hunter wirkt nach dem Election Arc nicht mehr wie ein Shonen-Manga, sondern wie ein Roman für junge Erwachsene, die super geduldig sein müssen, um die Texte zu verstehen und sich gegebenenfalls noch Notizen machen sollten. Dieser Switch der Tonalität mag für einige plötzlich kommen. Ich fand allerdings, dass Togashi recht früh dafür Hinweise in die Geschichte gestreut hat. Zum Beispiel im Chimera End Arc bediente sich der Autor einer Erzählstimme, die die Figuren leitete wie ein allwissender Erzähler wie die Stimme von Dostoyevsky. Oder ebenfalls im Chimera End Arc tauchte man ein in die Gedankenwelt einer Ameise, wo die Gedanken so lebhaft, so passend beschrieben worden sind. In jedem Fall ist das nicht jedermanns Geschmack. Trotzdem fand ich im Chimera End Arc und bei der Gedankenwelt der Ameise passt es perfekt. Tatsache ist, es hat einen hohen Anspruch. Beim Lesen des Star-Continent-Arcs musste ich allerdings an die Bücher von Thomas Pynchon denken. Wer ihn nicht kennt, er ist der wahrscheinlich noch größte lebende Autor. Pynchon stellte genau wie Togashi eine riesige Menge an Figuren vor, auf die er nur noch bedingt eingeht. Die Charakterdynamiken werden immer komplizierter und man verliert den Überblick, obwohl Togashis Ambition bewundernswert ist. Schließlich hätte er die Geschichte nach dem etablierten Muster des Chimera End Arcs fortführen können, aber er entschied sich für das Risiko. Tatsache jedenfalls ist, das Risiko glückte nicht immer. Im letzten Arc ist die zuvor erwähnte perfekte Fusion zwischen Bild und Text auseinandergebrochen. Der Text übernimmt die Überhand und die Bilder wirken nur noch wie ein Beiwerk, ohne die Texte zu ergänzen. Und die Texte zu lesen gestaltet sich als wirklich, wirklich anstrengend. Ich hatte mehrmals das Bedürfnis, die Mangerei einfach abzubrechen. Die Textfluten waren teils unerträglich und ganz weit weg vom Lesespaß. Es waren viel zu viele Sprechblasen, viel zu viele Details, sodass der Leser gar nicht wusste, worauf er sich eigentlich konzentrieren soll. Die Balance zwischen Bild und Text war dahin. Nun ist es eine Menge, was uns da Togashi zeigen möchte. Aber ähnlich textlastige Manga wie Death Note, Conan oder Monster haben dasselbe Problem und lösen dieses aber sehr viel befriedigender, ohne den Leser zu verlieren. Togashi hat zwar auch hier die volle Kontrolle über die erzählte Wirklichkeit. Allerdings gibt es so viele Mikrokonflikte und so viele Figuren gleichzeitig, so viele aberwitzige Fähigkeiten und so viele Handlungsstränge, dass man einige Figuren unzählige Kapitel lang nicht sieht und vergisst, was sie ausmachte, wenn sie wieder auftauchen. Die dramatischen Höhepunkte des Arcs würden auch mit weitaus weniger Text zurechtkommen. Es ist vergleichbar mit der Kunst. Mehr Details bedeuten nicht automatisch, dass das Bild besser ist. Außerdem bricht Togashi auch hier mit etwas, das seine Figuren damals so lebhaft wirken ließ. Er zeigt mehr ihre Gedanken als ihre Handlungen und die Figuren verlieren an emotionaler Durchschlagskraft. Noch schlimmer ist, die Texte lassen kaum noch Interpretationsraum wie früher. Die Texte sprechen aus, was sich eigentlich im Kopf des Lesers zu einem Puzzle zusammenfügen sollte. Literatur lebt von den Leerstellen, von dem, was nicht gesagt wird. Und deshalb ist der letzte Arc von Hunter x Hunter weder Roman noch Manga, sondern ein eigenartiger Hybrid. Trotz allem muss ich sagen, ich bereue es nicht, Hunter x Hunter gelesen zu haben. Auch wenn der letzte Arc super anstrengend war, wurde ich doch überrascht von seinen Storytelling-Skills, die meine Fantasie stimulierten. Hunter ist ein ambitioniertes und risikoreiches Werk. Das Risiko zahlte sich nicht immer aus, aber allein der Versuch und die Male, denen Togashi sich selbst übertraf, verdienen großen Respekt und große Bewunderung. Es wird nicht mehr aus, Ich sollte die Augen, aber nie mehr aus. Es wird nicht mehr aus.